Hi Leute und willkommen zurück zu Genshin Impact. Wir gucken uns wieder das vermisste Schätze Event an und heute übernimmt Kiki das für uns. Wir starten hier natürlich direkt in dem Gebiet. Das zeige ich euch. Mal schauen. Wir fahren inzwischen natürlich auch die Sachen, die hier liegen. Das sind Textteile, brauchen wir nicht erstmal. Hier ist gar nicht so viel, was man ablaufen kann. Hm. Okay. Uh. Faster? Okay, faster. Faster? Another test subject. Draw! Go. Draw! Oh. Order's given. Order's received. That tingle? Uh. 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 That tingle? Go. Uh. 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 Also. Uh. 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 Ich fühle mich das. Das Licht geht... ... Retribution! Das muss ich mitnehmen, das brauchte ich. Okay, wir sind wieder schon fertig. Kann ich euch zeigen. Hier, Gigi. 1900 Einmerkskraftlevel. 60. Das komplette... Creo... Artefakt Set. Hab ich gestern noch schnell besorgt. Beziehungsweise zwei Teile davon. Mal schauen. Kannst du irgendwo was legen? Ah, das kann noch oben drauf sein, ne? Okay, dann gucken wir uns den nächsten Teil an. Das ist... Da... ... 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 Dich brauchen wir tatsächlich für sie. Deshalb nehme ich ihn mit. Ich brauche ihn auch. Haben wir jetzt genug? Bei Phinus 6. So. Ist so das nicht als drinnen im Gebiet? Das ist ja... Man muss bis da rauf. Ja, das können wir machen. Ja, sie ist leider nicht die Beste, um sich einen schönen Eisweg zu machen. Aber als Heilerin ist sie halt wirklich sehr gut. So. Darf ich jetzt? Ja. Du musst doch nicht klickern, was clientele. Du musst doch nicht klickern. Entschuldigung. O. Ich bin ... Du musst doch nicht klickern. jetzt mal schauen so viel dass hier auch nicht wo was sein kann ok hätten wir den fort der bädieß hätten wir gleich was gefunden den werden wir da erstmal ignorieren komm wir haben Zeit mit dem Power ja 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 Ganz ganz fehl's Oh Ja Warum nicht Ja Warum nicht Ja 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 Spannung Die 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 Okay. Okay. Dann waren das einmal die Sachen. Uff. Wir sind durch. So, was ich... Hm. Welches holen wir? Also, so wie ich es verstanden habe, können wir eh nur eins holen. Wir haben gar nicht genug Münzen. Aber welches? Sind die alle gleich aus? Haben die alle nur eine andere Farbe? Machen die vielleicht eine andere Animation? Also, so von dem Bild her sind alle nur ein bisschen farblich anders. Ich würde das nehmen. Okay. Dann holen wir uns hier den Rest. Holen wir uns hier. Also, es ist halt genau so gemacht, dass du alles holen kannst. Wenn ihr das erste oder das zweite oder das dritte genommen habt, dürft ihr gerne einen Screenshot unten in die Kommentare posten, damit die anderen Leute sehen, wie das aussieht. Und wenn ihr das nicht... Okay, das ist gut. Oh, es macht sogar Geräusche. Oh, das ist so niedlich. Ansonsten, ja. Okay, dann ist das für dieses Event. Ich glaube, es kommen noch zwei. Ich muss mal nachgucken auf der Seite. Ja, also das Hypostasen-Event auf jeden Fall, wenn das übermorgen losgeht. Alles anderem werden wir dann schauen. Das entscheide ich dann. Ciao, Leute.